hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von wildcastle wir haben level 388 erreicht und wir haben wie ihr seht alles gemäxt was wir haben können derzeit deswegen witzigerweise ist max kleiner geschrieben als das hier überall woanders hier auch klein deswegen müssen wir tatsächlich neue talente freischalten das machen wir natürlich heute über die täglichen login belohnung habe ich eine epische truhe bekommen die werden wir einfach mal öffnen leben absaugen 5,1 prozent er hat die frage ist ja wie gesagt das finde ich halt immer sehr schade dass ich einfach nicht weiß wer hier was hat na was das okay entfernen wir das und geben ihm dieses blaue ding was wir natürlich aufwerten können ist ja klar mit ein bisschen mehr leben absaugen kann natürlich etwas weiter aufwerten alles klar es ist nicht das 20er maximum sondern naja bitte ausrüsten sondern kann auch deutlich höher von der stufe ansonsten haben alle anderen erst einmal level 20er items die zumindest ausgerüstet habe ich ja die habe ich auch schon aufgerüstet hast du klar weil hier sind sie natürlich alle drin jeder der ausgerüstet ist hat automatisch auch jetzt alle items auf level 20 wir sind mittlerweile der welle 1024 und bei 1025 hat das autoplay leider versagt da habe ich jetzt keine chance mehr gehabt tesla ist schon alle 100 ich glaube das haben letztes schon gehabt ich habe das ding aber recht ausgerüstet arkana focus ist level 329 man macht guten schaden und ich glaube so die so one hits sind halt schon ganz cool man macht guten schaden sehr wie ihr seht erst die archer dann kommt der atom der den meisten schaden verursacht genau ansonsten ok nehme ich jetzt aber nicht ansonsten ansonsten haben wir 16 millionen gold schützen schaden plus 20 prozent könnte man theoretisch aufrüsten also man kann es sich holen aber dann werde ich das mit dem dings ziemlich schade wie kann man die gesamtschaden erhöhen kann ich das für drei millionen vier millionen fünf millionen und noch mal 1,5 prozent jeweils dazu ist nicht verkehrt und ich kann überall die die dinger mal verbessern 1,6 millionen das super teuer aber immer ein bisschen stärker geworden ist in ordnung in der stadt sehen wir ich habe hier die brauerei auf stufe 3 bundesamt plus 25 prozent ist auch schon maximal stufe mystische quelle auf 2 kostet 10 millionen 50 millionen hat mir auch tatsächlich 5 prozent gewartet also nicht so wenig tatsächlich in der schmied helden schadlos 25 ich glaube das habe ich ausgetauscht ich habe den markt als weg gemacht dafür die schmiede gemacht dafür dass sie einfach ein bisschen mehr schaden machen auf das gold wenn wir kriegen hier 89 38.000 gold wenn ich das mal mache sind wir bei 50.000 gold die minute plus 72.000 gold alle 47 sekunden das ist schon sehr praktisch das ist wirklich sehr viel und was wir machen werden ist erstmal also den zitter kriegen wir jetzt zum locker down das ist jetzt tatsächlich kein problem mehr den zu killen ihr seht auch diesen diesen instant hit nehmen die ganzen vielen hp die ihr seht hier runtergehen das hat der arkane turm also theoretisch brauche ich noch nichts mehr machen den nächsten werde ich wahrscheinlich nicht besiegen können die 1000 können wir mal probieren ja das sieht etwas schwieriger aus aber ihr seht auch schon das leben absaugen ich kriege hin und wieder mal ein bisschen leben zurück aber tatsächlich hat es nicht gereicht schade knapp aber immer ein zitter kriegen wir jetzt locker down und dann würde ich sagen wenn wir zitter locker lang mit 500 und fast auch schon die 1000 down kriegen wenn wir auch schon locker hier die nächsten talente freischalten können machen wir jetzt auch mal hauen wir rein weil er wird einfach weg geschmolzen wird dieser gegner immer ein neues talent schock schaden damit man testa stärker wird gibt natürlich auch let's go so lecker locker weg geschmolzen ist aber wieder 60 ich könnte auch mal das talent freischalten oder machen step for step step for step hier nicht nicht voreilig sondern ganz entspannt die jungen zeitreise ok let's go einmal kurz durchwischen hier über die tastatur new talent und jetzt können wir dieses talent freischalten da bin ich nämlich sehr interessiert daran 750 stage ich weiß nicht ob ich dafür tatsächlich auch mal ein paar zauber brauche wo ich mal gucken vielleicht muss jetzt ein bisschen aktiver spielen ich weiß nicht ich habe nämlich schon schaden bekommen ok gibt leider kein auto play aber die machen schaden machen wirklich außen dass sie muss tatsächlich zaubern und kann ich einfach mal so nebenbei was anderes machen aber das will ich doch meine schützen die dicken dicken da habe ich da geschafft der hat auch noch da gehabt ja aber wir haben natürlich können wir gleich mal die die einzelnen talente durchgehen was ihnen bringen denn wir haben natürlich für unsere beschworen an einheiten natürlich mehr schaden und verteidigung glaube ich durch die talente bringen schon tatsächlich hier muss man sagen und mir gefallen ist sehr gut diese spitzhacken talent und das sie mir dann natürlich noch viel mehr bin gespannt erst mal gucken ob es überhaupt hinkriegen ja locker locker weg mit dir weg zur seite hau ab so dann schauen wir uns die talent gleich mal an kurz auf das gold das war während der zeit noch ein bisschen gold plus kriegen so da haben wir hier natürlich blitzschaden gift schaden arkanschaden gold bonus bei besiegte ok das hätten wir doch hier schon da hast du mit 100 prozent ach so ach so vergisst es das ist doof das finde ich nicht nicht so cool 100 prozent ist selten dass man das hat finde ich also es kann ja auch sein dass einer durchkommt dann probieren wir jetzt noch schauen mal was schaffen für 1000 dieses talent freizuschalten ich befürchte tatsächlich dass es nicht so einfach wird ich komme schon tatsächlich näher nicht so cool tatsächlich sind sie etwas stärker die gehen aber wir haben auf jeden fall genug mana und werden die gehen da versuchen so weit es geht zurückzuhalten ja ein paar andere krieger noch ein paar krieger let's go hier weil damit die maschen abgehalten werden wichtig wichtig auch kleine goblins weg mit euch haben wir uns die anderen talente gerade nicht angeschaut ihr seht dass meine spells ziemlich schnell wieder wieder ready werden wir haben nämlich natürlich auch das talent dass die helden abklingen zeit reduziert wird leider gibt es ja kein autokampf finde ich sehr ärgerlich aber hey wir kriegen das auch so hin ich habe auch schon ewigkeiten meine einheit nicht mehr aufgerüstet meine units wir sind schwach wie eh und je aber da gab es viele da haben wirklich viele erst so gegen ende kommen wir richtig viele weiße nämlich schön einmal eine spells waste bis dieser box kommt war nicht so gut gewesen glaube ich nicht genug mana das letzte talent ist dann exkaliber für 3000 ich weiß nicht wahrscheinlich sollte es mir vorher kaufen oder minen einkommen plus 1 prozent 2 prozent immer noch mal 20 prozent dazu nicht verkehrt 20 ja jetzt kann ich mir exkaliber sowieso nicht mehr kaufen das ist egal aber ich glaube dass wir tatsächlich jetzt dieses kaufen weil bis zu 3000 will ich mir tatsächlich diese zeit lassen 10 million ist jetzt auch nicht so viel die klima schnell zusammen tatsächlich aber cool immerhin haben wir jetzt mit minen einkommen sieben prozent schon mal mehr sind wir jetzt also bei 53.000 glaube ich habe 50.000 gewesen jetzt aber 53.000 immerhin ist nicht verkehrt wir haben hier neues wir haben den elite eber bar freigeschaltet und unseren titanschädel haben wir jetzt können wir theoretisch forschen kritischer schaden plus 10 prozent könnten wir machen hier kommen was auch so mal kett schaden plus 15 prozent machen wenn wir die bosse einfach erkennen können aber für euch natürlich viele von diesen dingern ansonsten 3,6 million gold was kann man dann dafür noch machen nischt war erstmal denke ich lass das gold zu laufen und ach so wirst du wir müssen hier natürlich noch weitermachen sehr klar kolonie mäßig müssen wir noch etwas machen bei zehn minuten ich denke wir werden hier ziemlich viel ziemlich viel wegkriegen da schmilzt die hütte sehr gut 22.000 gold okay und hab nochmal 64.000 auf zum nächsten und auch das ding ist einfach geschmolzen in wenigen sekunden nachdem ich mal alle spells aktiviert habe weg damit und wir gehen wieder mehr und mehr gold dunkelholz forest 4 sind wir erst noch nicht so viel ja sobald der kanto mal drauf ballert ist schepperts richtig ne das ist schon krass 5 auch das geschafft sind 72.000 jetzt geht es auch zu 6 da können wir auch mal anlassen hier seht ihr wie kurz die zauberraufballer alles durchklicken und ihr seht wie die lebenspunkte es gehen das runterschreddern das schmeckt das war ich sogar zweimal die sauber ist sauber auf zum nächsten ihr seht doch dass wenn ich angreife ich tatsächlich auch mal wieder mal zurückkriege immer wieder 20 maler und so weiter gehe ich immer wieder so ich weiß zwar nicht von wem aber stört mich tatsächlich auch nicht großartig hauptsache ich kriege mein mana ihr seht jedes mal weiß ich 20 mal wieder pro hit ist nicht wenig zack geschmolzen der gegner auf zur neuen das sind einfach mal über 200.000 leben nicht schlecht ich habe nur noch tausend mal wenn ich hier fertig bin mega gut drüber sogar fertig mega bitte 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 auch hier weg zur seite auf geht's zu 11 300.000 leben haben die die schlösser die schlösser die schlösser tatsächlich sehr schön ok dann lass uns erstmal ruhen was dauert es wieder etwas zu lange finde ich keine lust so lange zu warten tatsächlich wobei ich würde dadurch nicht mehr geld kriegen ich denke ich mache es mal ohne zauber oder mit zauber ich glaube ich brauche zauber ok uiuiui das ist einfach so durch naja dann haben wir auch noch geschafft war jetzt auch tatsächlich gar nicht so schwer machen wir das auch noch da geht unser mana aber langsam zur neige wenn wir es dabei benutzt haben sieg neues kapitel freigeschaltet ewig blühtal ich finde es cool dass die kolonie halt so aufgerüstet werden kann ich fand das konzept von grow castle hat nicht so schön einfach weil die karte auch super hässlich war wo du dir immer wieder auf einnehmen musstest aber hier finde ich das tatsächlich sehr interessant das gefällt mir gut das sieht natürlich scheiße aus aber gut egal ewig blühtal alle 3355 lieferung plus dazu ist schon heftig 98.000 können wir hier oben switchen auf das gold auf das golddeck da sind wir jetzt bei 115.662 alle 47 sekunden hier sind wir bei 153.000 alles schon krass ne also wir kriegen pro minute halt über 100 über 200.000 gold das ist schon wirklich viel mhm was können wir hier meinetwegen noch aufrüsten damit wir mehr halten können mehr hudeln 32 66 pro minute also über eines pro sekunde 1,06 pro sekunde müssen sein 1,01 1,1 1,1 1,1 müssen es sein 12.800 können wir halten mit dem restlichen geld werden wir irgendwann mal wahrscheinlich die ganzen items verbessern 8.000.000 ok 9.000.000 ok 45.000.000 ok alles klar na gut dann werden wir jetzt einfach mal ach komm mal wegen die schützen investieren ist ja egal wir müssen ja trotzdem nochmal weitermachen und da würde ich sagen meine liebe freunde dann war es das mal wieder gewesen mit einer weiteren folge von wildcastle ich werde hier natürlich fleißig weiterspielen jeden tag jede stunde jede minute wird das laufen um profit zu machen und dann damit wir beim nächsten mal wieder mehr machen können danke fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal ciao ciao